Das ist keine Schokolade, das ist ein Beißring. Die Firma Jellystone produziert das, was wir Mutter-Kind-Schmuck nennen auf unserer Website, nämlich Schmuck aus Silikon. Darauf kann dein Baby bedenkenlos rumkauen. Diese Schokolade ist ganz witzig. Es gibt aber auch was, was mehr in Richtung Schmuck geht. Zum Beispiel diese Armreife aus Silikon. Die sehen ziemlich gut aus. Man kann sie dem Kind oder dem Baby einfach in die Hand drücken und hinterher einfach abkochen, abspülen, wie auch immer. Es ist einfach sehr praktisch und man hat es vor allem immer dabei. Wie gesagt, es gibt Armreife, die sehen so aus. Es gibt diese Anhänger in ganz vielen verschiedenen Farben. Die sind übrigens sehr beliebt. Es ist also sowas auch wie eine Stillkette. Wenn du stillst, dann hat dein Kind immer was zum Spielen. Was haben wir noch? Diese tolle Schokolade gefällt mir auch sehr gut. Diverse Ketten und wie gesagt, alles aus Silikon, alles sterilisierbar. Hier haben wir noch solche Armreife. Und wer Eulen-Fan ist, der kann sich auch eine Eule um den Hals hängen. Und wer seinem vielleicht etwas größeren Kind ein Geschenk machen will, es gibt auch diese niedlichen Herzanhänger. Bei uns im Shop, bei MamaMotion.de Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. 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 Vielen Dank.